Und Action! Ja, hallo, da sind wir wieder. Megamäßig vorbereitet. Ja. Und du hast hier vorher noch jemand rumlaufen sehen. Genau, da war so ein komischer Kerl mit so einer grünen Sprechblase über dem Kopf. Den habe ich gerade angesprochen. Der saß hier auf dieser Bank. Und der hat gemeint, ja, kennt ihr schon den und den Platz. Ach, ich sehe ihn. Und der ist auf eurer Karte markiert. Ah, ja, genau. Das müsste er sein. Äh, Ruins of Farior. Ja, genau. Okay, dann wollen wir da mal hin, oder? Ja, dann schauen wir mal. Oh, das ist aber sehr weit weg. Das ist ja schon im neuen Mettbereich. Vielleicht sollten wir erstmal die Bosse, die hier so noch in der Nähe sind, mal weghauen. Ich würde den, der jetzt links von uns, das ist ein relativ nahes Schwert. Über die Berge drüber, gell? Ja, genau. Wollen wir da mal hin? Machen wir das. Machen wir das. Dann fetz, fetz. Fetz, fetz, nackig. Ach, warte mal. Mir fällt gerade ein, ich könnte vielleicht eventuell noch ein paar Fläschchen gebrauchen. Ich auch fülle mit Wasser. Ja, du auch. Äh, lass mich mal schauen. Wo ist das wohl? Äh, ich habe genau keine Flaschen. Genau. Ja, dachte ich mir schon. Jetzt müssen wir nochmal schnell Fläschchen kaufen gehen. Findest du süß, das Geräusch, wie die laufen. Ja. So. Wo ist denn, da? Pappappapp. Oh Mann. Mach doch mal die Tür anständig auf. Okay. Du stehst mir immer voll im Weg. Hoppala. Ah, wie viel habe ich denn jetzt? Ach da, 22 Fläschchen. Ja, das wird aber reichen. Okay, ich kann nicht mehr tragen. Die Lampe, die haben wir ja. Woodboat. Bubblegum. Ich müsste eigentlich fast mal gucken. Weil es gibt ja dieses... Ich habe mir das vorher angeguckt auf... Auf... Wiki, glaube ich. Da gibt es eine Liste von diesen ganzen Pet-Futter. Ach, okay. Welches Pet man wie zähmen kann. Es gibt anscheinend in jeder Stadt nur ein Pet-Futter, die die verkaufen. Also je mehr Städte man findet, desto mehr Pets kann man zähmen. Aber man könnte es natürlich eventuell auch gedroppt bekommen von Bossen. Ah, okay, cool. Also ich weiß jetzt nicht, wo du hinläufst, aber ich laufe dir jetzt mal hinterher. Ich habe nur... Achso, das ist der gleiche Typ. Äh, dann brauchen wir noch Wasser, aber du hast ja letztens erst gesagt, dass wir das Wasser auch eventuell an... Genau, müsste auch an Flüssen gehen. Na gut. Na ja. Ah, ein Korni, der ist wieder Messie. Ja. Genau. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich mache jetzt mal ein komisches Geräusch. Genau. Da sind wir die fiesen Lemon Beetle-Tüten. Ja, die sind roter, finde ich das schön. Ein Huhn, ein Huhn! Wieder Prathähnchen! Wieder Prathähnchen! Wieder Prathähnchen! Oh, das ist ja alles. Kämpft doch noch irgendwo, wer. Oh, schau mal, da hinten rennt ein Boga rum. Oh, was? Wo denn? In die Richtung, wo ich schaue. Ja. Ah, ja. Und da links sind, äh, irgendwelche Kerlchen. Irgendwelche Kerlchen. Bissert. Oh. Oh. Äh. Ja. Ich belebe mich mal wieder und dann lasse ich das mal mit irgendwelchen fremden Leuten angreifen. Aber ich bin jetzt eh schon offensichtlich über den Bergen drüber. Du bist über den Berg, ja. Und musst du zu mir kommen. Ja. Oh. Yay, Blümchen! Wird das so cool, dass die Blätter, die hier runterfallen, halt einfach Pixel sind. Ja. Ist einfach, aber wirkungsvoll. Man weiß zumindest, was damit gemeint ist. Ja. Und ich hätte Schiss, dass mich die erschlagen. Hast du es dann? Wie schaut es bei dir da oben aus? Ne, ich bin schon unten. Ich sehe dich ja schon. Ach, da bist du. Was war denn da? Da ist ein Blutbogen. Oh, wieder ein Waschbär. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das darf nicht sein. Aha. Ach, verdammt. Das war kein Insing. Nein. Was haben wir da? Oh, erst mal eine ganze Gruppe. Na gut. Ja. Aha, das ist so cool. Wenn die was angreifen. Aber mit abgreifen hier so. Ja. Oh, ich habe es nicht gefunden. Ich bin wahrscheinlich weniger blind, aber na ja. So, jetzt Blümchen. Bin schneller. Ja, ich bin ja schon. Okay, jetzt sind wir offen. Ja, wir sind wichtig. Und was haben wir da? Schaut aus wie ein Hausschwein von Weitem. Ja, das ist ein Schwein. Lass uns das Schwein töten. Mieses Schwein. Goodness, goodness. Yay, 2 EP für das Schwein. Lass uns ganz hier noch rum, ein Schaf. Wer bietet mehr? Bietet das Schaf mehr? Oh, das ist doch ein dreckiges Schaf. Alleins. Und was ist mit denen da? Sind das wie... Oh, Spitter. Ah ja, die hat ja schon mal. Oh. Das haben wir nicht aufgepasst. Nee, aber... Jetzt müssen wir saubern. Ja, Mann. Sehr cool. Äh. Wir müssen da lang. Beim Ikomi Lake. Andere Seite. Oh, nein. Im Wasser. Wirklich. Ein Buchsbaum. Wieso eigentlich Buchsbaum? Da steht nur Buchs. Ja, aber das ist doch so rund. Und ein Buchsbaum? Kennt man ja schon aus Darkwing Duck. Der ist rund. Naja, okay. Wenn du das sagst, dann ist das so... Darkwing Duck. Oh, ein Schaf. Hört, wie sie es. Wow. Oh. Hier hält aber gut was aus. Das stimmt, ja. Und, 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 und? Drei. Bam, drei EP. Aber die ist so ein bisschen mager dafür, wie viel die aushält. Ja. Ah, defeat the ruler. Die kommen nicht. Hm. Okay, okay. Ich hab da gar kein gutes Gefühl dabei. Gut, schauen wir mal. Das ist tatsächlich ein riesengroßer See. Mhm. Kann man da tauchen? Ja, ja. Ja, ja, kann man auch. Ich glaub, das ist doch ein... Ein Atems. Das ist bitter. Eine Atemanzeige. Ich lass mal was schlucken. Gut. Ich muss das jetzt erstmal austesten, wie viel Reach ich überhaupt habe. Ja, da drüben ist der... Ich glaub, auf der Insel ist der Boss. Kann das sein, weil auf der... Ja, das kann schon sein. Aber ich hab hier zum Beispiel keine Atemanzeige. Hast du eine? Nö. Vielleicht hab ich mich auch getäuscht. Super. Was hab ich bekommen? Artless Line and Shoulder Armor. Oh, das sind viele. Vergiss nicht, Halt. Ja. Ähm, aber jetzt wirst du von Erfolg gekriegt. Oh, jetzt hat's mich zerritzen. Zerritzen. Oh, ich hab tatsächlich eine riesen Reichweite. Ja, cool. Schade. Ich hab nur gedacht, eigentlich, dass du die hast, aber... Obvious, die hat. Ist doch, wenn ich ein Kerl bin. Möhöhöh. Nein. Weil du halt nur noch eine Pfeile hast. Ja, leider nicht mehr. Ich schmeiß ihn mit Frisbee. Ja, was ist denn da so schwer dran? Ja, wenn ich rückwärts gehe, dann ist er immer aufgetaucht. Aber da kommt schon der Nächste von da hinten. Okay, dann gehen wir mal da nach oben, oder? Ja. Boah, der ist denn aber flott. Da ist er ja. Oha. Ja. Ich glaube, wir müssen den Kleinen erstmal umnieten. Aber den kann man schlecht kiten, glaube ich, bei der Situation. Ja, der Kleine ist aber tot jetzt. Ja, dann... Ich muss mal wieder ein paar Krabs besiegen. Dann komme ich zu dir. Wie schaut's bei dir aus? Lebst du noch? Ja, ich leb noch. Vielleicht muss ich jetzt mal schnell noch mal im Trank in die Birne kloppen. Wann kann ich jetzt gerne kloppen? Okay. Oha. Der hat so eine blöde Wirbelattacke. Oder wir... Was heißt der? Der schadet einen an und das macht richtig. Aber fuck. Jetzt hat er mich ungewäufelt. Ich hab ihn umgeworfen. Boah, der verliebt jetzt. Ja. Bestens eine blöde Attacke, die er hat. Ich hab auch nicht mehr so viel... Oh, Heiltränke. Einen hab ich noch. Ich geh auch noch rein. Aber schön, dass der da stehen bleibt. Ja. Du stirbst gleich. Was? Von der anderen Seite? Ja. Oh, Level ab. Yay. Ich hab noch knappe 30. Ja, ich hab noch... Toll, jetzt hat er mich angegriffen. Ja, die... Blöde... Ding. Das ist total aufregend. Ja, Wahnsinn. Oh, oh. Oh nein. Bist du auch tot? Ja. Ja, ich glaub, der ist uns aber erstmal noch zu heftig. Ja, so Fernkämpfer sind einfach kacke. Aber deine Wasserflasche kannst du gleich voll machen jetzt hier. Oh ja. Äh... We'll see aber. Ja. Waterflask. Boah, das dauert immer so ewig. Ja. Sorry, Leute. Das muss auch sein. Leute, was ist gar nicht? Was ist das für ein Scheiß? Oh? Boah, du Scheißkrabbe, ey. Verpiss dich. You can't carry more of these items, okay? Dann halt nicht. Life Potions. Acht Stück kann ich nur machen. Kudelup. 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 Okay. Dann... Ich würd' sagen, wir grasen jetzt mal die Viecher hier außenrum ab. Vielleicht hab ich dann auch bald mein neues Level. Mhm. Was fehlt denn eigentlich noch? Äh, ich hab 112 von 140. Okay. Was hast du da? Ich hab jetzt 1 von 180. Wieso hast denn du eigentlich schon so viel EP wieder? Ich weiß nicht. Oh. Hm. Oh, voll. Wieso kriegt man da noch einen EP? Das ist voll blöde. Ich will die nicht mehr töten. Dann holen wir die Crafts, die da aufteilen. Da eben noch im Laufen. Ja. Finde ich hier auch gerade angewesen. Wer hat so viel mal funktioniert. Ich leseu. Ich leseu. We Tolent if you putain day. Dann jere diver.